Liebe Menschen, ich bin Chris von der Aktionsgruppe Schneemänner mit Würde aus Hannover und ich habe heute eine dringende Bitte an euch. Julian Assange, der Wikileaks-Gründer, wird bereits seit über zehn Jahren seiner Freiheit beraubt und sitzt seit über vier Jahren in Belmarsh, einem Hochsicherheitsgefängnis in London, in einer zweimal drei Meter Zelle in Isolationshaft und wird wie ein Schwerverbrecher behandelt. Sein Verbrechen ist, dass er die Wahrheit aufgedeckt hat über Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen der Großmacht USA. Wir, die Schneemänner mit Würde, wollen auf sein Schicksal hinweisen und stehen am 19.08. in Hannover auf dem Opernplatz von 12 bis 13 Uhr. Wir stehen für die Freiheit von Julian Assange und für unsere Freiheit. Wir stehen für die Würde von Julian Assange und für unsere Menschenwürde. Und wir stehen für die freie Meinungsäußerung und die Wahrheit. Bitte kommt alle nach Hannover und unterstützt uns. Wir freuen uns auf euch. 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 Wir freuen uns auf euch.